Ich werde jetzt natürlich nicht versuchen, jedes einzelne Scheiß-Zombie-Teil mitzunehmen, aber... Moment. Moment, ich glaube, war da gerade eine drin? Ja, 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 ich kehre gleich zurück. Aber so eine Frank-Statue einfach mal einsammeln und schnell mal EP abkassieren, das kann ich gerne mal machen. Oh, hier ist viel los, hier ist viel los. Oh, fuck, fuck, fuck. Weiter, weiter, weiter noch, ja. Scheiße, nein! Da muss ich doch da ab... Oh, shit! Nicht, nicht, nicht! Wow, wow, wow! Ja, da runter jetzt. Und dann, äh, alles klar. Ja, das klappt schon. Ich meine, wir kassieren sie. Ah, shit! Oh, Gott, ey! Ich mach gerade sehr, sehr, äh... YOLO-mäßig. Das ist nicht sehr gut. Das ist nicht sehr gut. Aber wir kommen da irgendwie an. Ich hab den Treibstoff! Mach auf, Ronda! Ronda! Ich hab das Benzin! Ich wusste nicht, ob du zurückkommst. Und jetzt ist Diego weg. Was? Ich wollte ihn aufhalten! Nein, 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 er hat den Schlüssel! Ich hab schon viel Scheiße erlebt, aber das hier... Ich hab über die Fehler nachgedacht, die ich im Leben gemacht habe. Und das waren viele! Nimm meinen Ex. Das hab ich echt versaut. Da draußen passieren krasse Dinge. Aber ich finde Diego und wir reparieren das Flugzeug. Wir müssen hier weg! Du und ich. Denk dran. Wir sind beide Kämpfer. Ich weiß. Fliehen oder sterben. Wir retten deinen Riesenarsch! Das hat er gesagt. Psst! Zuhören! Ja, uns liegen neue Berichte vor, dass General Hemlock an der ursprünglichen Sechstagesfrist festhalten will. Nach Ablauf soll die Stadt Los Perseidos zerstört werden. Diese Reaktion folgt auf Berichte, dass Präsidentin Paddock ein Zombie geworden ist. Später mehr dazu. Das ist Quatsch! Das war also Kapitel 4 schon. Hör mal, Baby. Wir haben Benzin. Aber wir brauchen noch ein paar Ersatzteile für das Flugzeug. Wir brauchen ein Ruder, ein Schwungrad und einen Höhenmesser. Wo sollen wir das auftreiben? Ich habe in den Unterlagen nach einer Art Lager in der Stadt gesucht. In der Zwischenzeit musst du deinen Freund wieder finden. Ich glaube, er ist zu dem bekloppen Museum zurück. Irgendein Kram, dass er ein Held sein will oder so. Ich muss ihn finden. Die Behörden suchen ihn. Hemlock, glaube ich. Die müssen es nötig haben. Ich glaube, die Regierung hat was Schlimmes mit den Leuten vor. Der Tod der Präsidentin war kein Unfall. Sie wurde getötet. Von Hemlock. Warum denn? Du hörst dich an wie deine kleine, paranoide, illegalen Freundin. Hey! Hast du sie verraten, um an das Benzin zu kommen? Sagen wir, mir ist was anderes eingefallen. Du bist einer von den guten, Nick. Ich werde Diego finden. Hey! Pass gut auf dich auf. Ich habe Angst um dich. Nimm dich vor Diego in Acht. Er hat sich fast die Haut runtergekratzt. Okay. Wie kehre zum... Was ist los? Okay. Äh... Ja. Irgendwie musste man ja was machen, damit das noch weiter geht, nicht wahr? In was investieren wir denn als nächstes? Was? Ich hab keine Ahnung. Ich hole mir mal das, ey. Das ist ganz gut. Kasper, nehm. Heute gibt es noch ein paar Fahrzeuge, die richtigen passenden Fahrzeuge zu finden. Das ist immer ein bisschen schwieriger als... ...zu Waffen. Go go go, hier lässt mich raus Bombenprügel Okay Yo Yo Yeah Yo Yeah man Das werde ich mal ausprobieren, oder? Okay, los geht's Sind das jetzt alles Spezial-Zongies? Nee Okay Aber das ist doch heftig, Alter Für ein Spezial-Zongie einfach mal so viele Punkte Äh, äh, ah Moment Raus, raus, raus Gabelwerfler Werf, Werfler Werfler, ey Geh du weg, geh du weg Du sollst sie schlagen, was ist denn los mit dir? Jetzt steigt er ein Steigt er ein Sag nicht, das ist alles Nein Ja, ist okay, aber ich hab dann doch lieber irgendwas Was schießt, oder so Weißt du, das ist für mich besser Um dann mehr Kills zu machen Aber so ist es auch ganz lustig Ach du Kacke Geh ma vecchia zio Hammergeil, ey Hammergeil, ey Hammergeil, ey Flo Gehen sie mal bitte Gehen sie mal bitte Zark 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 Das ist nicht so übel Einfach nur Okay Wo da drüben Ja Ist heftig wie viel du da aufspielst Aber irgendwie geht das Feuerwerk erst los Wenn du aussteckst Das ist ja auch Aber irgendwie geht das Feuerwerk erst los, wenn du aussteckst Nein Nein, ist er nicht Nein Oh, 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 oh. so auf jeden fall eine geile waffe ja also auch dieses gefährd ist hier ich weiß jetzt ist schon okay so es ist jetzt kommt nicht kompletter scheiß oder sowas aber ja könnte mir und wir hatten auch schon geilere einfach ganz einfach das ist halt das ding es hält immer das dinge kommen sie bitte her kommen sie bitte her los 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 da sind ja meine freunde Ja Mann, ja Mann, ja Mann. Gerade wenn der Multiplikator so hoch ist, muss ich unbedingt mal so nur fette Zombies wegkauen. Ich habe gerade gesehen, da kriegt man einfach mal über dreieinhalbtausend. Ey, die Box ist richtig geil, ja. Ja, Mann, ja, komm.